Mein Abschiedspräsent, Nico Schenk im Hauptberuf Eisenbahner, stellt garantiert Bügel und knitterfreie Kleider her. Tschüss! Ein Highlander im Luxemburger Norden. Nico Schenk fühlt sich wohl im Schottenrock. Hausgemacht, nicht mit der Nähmaschine, sondern mit der Kettensäge. Nico Schenks Kleider sind aus Holz. Ja, dieses sollte eine Arbeitsmappe werden, aus Holz geschnitzt, so wie diese. Das ist eine aus Leder. Nico Schenk ist Eisenbahner, gelernter Gleisbauer. Vor 14 Jahren hat er den Tick mit dem Holz bekommen. Immer perfekter werden seine Kreationen und immer größer die Herausforderungen. Inzwischen zeigt er seine Skulpturen sogar auf internationalen Kunstausstellungen. Schon fast. Das ist ein Hecht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Doch der ist ein Hecht. Das 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 ist ein Hecht. Und das ist ein Hecht. Die Ideen, die gehen mir nicht aus. Ich müsste schon über 100 Jahre alt werden, um alles fertig zu machen. Und das nächste Kostüm, das ist jetzt ein mexikanisches Kostüm. Doch bis das fertig ist, bevorzugt Nico Schenk die Seppelhose.